Every day, every day, every day Yo Leute, Mukai am Start und das heutige Video beinhaltet den letzten 24 Stunden Livestream. Und zwar haben wir dort eine Community-Aption gemacht in DayZ. Wir haben mit, lass mich nicht lügen, so vielen Mann es geht, also es waren bestimmt insgesamt über 20 Mann, die gleichzeitig geholfen haben, eine Community-Base zu bauen, ging also erstaunlicherweise lange Zeit auch ganz gut. Ich hätte gedacht, es ist viel vorher passiert, aber irgendwann war dann der Punkt gekommen, wo ein Schweinchen, sag ich mal, mich getötet hat und damit die ganze Stimmung versaut hat und ja, alles versaut hat. Aber bis dahin lief das echt super, wir haben also schon zu 50% eine Base aufgebaut, es hat mega viel Spaß gemacht und hier könnt ihr jetzt das Ganze mal so einsehen, was so passiert ist. Hallo Hallo du Wie heißt du? HaiICH leid! Ah, die Leute! Die Bauaufsicht ist hier. Ok, 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 ok … In Batman ist tout der da. Hey, guck mal, ich möchte noch irgendwas kletzieren. Macht Spaß, Zubon. Ich bin gespawnt. Ja, ich komm jetzt. Sag nur nicht wo. Äh, Quizzic hat mich gerade gefragt, ob ich abholen kann, denn da habe ich gerade die Location geschrieben. Achso. Das geht natürlich auch. Quizzic sollte auch wissen, wo die Base hier ist. Ach jo, gute Mod. Die gute Mod erstmal mit einer bestimmten Ladezeit, ne. Skuma, wir haben hier schon angefangen zu bauen, hör mal, du hast das Beste schon verpasst. Aber noch besser wird's, noch besser wird's. Noch ist Skuma ja nicht hier, das sieht ja gleich aus. Ja, der hat schon bestimmt im Stream gespoilert, so. Skuma ist nämlich jemand, der lässt sich immer spoilern. Das ist aber auf jeden Fall eine... Ich weiß nicht, die Leute hier immer... Da sind keine deutschen Bauarbeiter, das sieht man. Die deutschen Bauarbeiter, da sind immer so Leute, weißt du, so einer arbeitet und 20 gucken zu. Aber hier macht fast jeder was. Außer die Leute, die wie diese hier, die gucken den Stream. Stellen sich dazu, hauptsoir den Serverplatz blockieren. Hello. Hey, ich mein... Guck mal, da ist noch jemand angekommen. Sind wir jetzt hier 15 Leute oder so? Hallo, Alexander. Hallo. Wie geht es dir? Gut, gut. Das freut mich doch. Hey, muss ich gerade. So. Oh, guck mal, sogar mit Sandfakes und so. Oh, ei, ei, ei. What? Okay, der SUV. Oh, ein bisschen am desinken. Ja, ist ein bisschen am desinken. Oh, das ist ein bisschen am desinken. Wunderbar. Guck mal, ob es für ihr das ist. Wauw. 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 Ich nehme schonmal den Zeltwissen auf Seite. Weißt du, ein Präby ist super gut. Ich stelle es mal in der Zeitstift. Ich stelle es mal, wie man hier mit dem Zeltwissen bauen kann. Was man hier so lustiges bauen kann. Fack mich auf! Fack mich auf! Okay. Fack ist, kein Problem. Kein. complein. Facken. Die Mauer ist aber schwer. Bekissen. Bekissen. Hahahaha. Ach komm, das geht so. Das geht so. Ich mach mal hier so eine kleine Kretage, die schön abgedeckt ist von oben. Aber der Sniperplatz ist doch echt schön, oder? Ja, der ist auch. Der Sniperplatz ist doch echt schön. Ja, also ich mein, er ist schön, aber wenn du das dadurch abgesnipest, dann ist er nicht mehr so schön. Ach, hier wird uns doch keiner absnipern. Ich überleg das, was die da oben bauen. Ach. So schnell geht das. Die versteifen sich alle auf ein Gebäude. Ich würde ja ein paar Gebäude mehr bauen, nicht nur eins. Aber wir sorgen hier erstmal für die wichtigen Details. Uns fehlt hier nämlich ein bisschen an Waffen. Wenn man sich hier am Sandkasten steht und verteidigen muss, muss natürlich auch eine ordentliche Summe an Waffen da sein. Packen wir mal hier hin. Was sagst du, der Server ist jetzt voll? Ja, was erwartest du, Perry? Ach, scheiße. Also jetzt ist es wenigstens Guma drauf. Genau. Solange er nicht disconnected. Nein, nicht schon wieder starten. Jetzt können wir keine neuen dazukommen und mitbauen. Nicht das liebe Metallhauen. Das hat ihr doch nicht getan. Hm. Das passt hier nicht hin. Das passt hier nicht hin. Jetzt schmeckt immer noch was zu regnen. Wir müssen die Echer fertig bekommen. Für die armen Weisen. Okay, Perry? Perry ist nicht auf dem Server. Der ist... Okay, ich wollte nur sagen, kurz, dass QuizX abgestürzt ist. Kurz bevor er gelandet ist. Also ich brauch doch nochmal ne Abholung. Kannst du im Side-Chat mal auf Englisch aufklang? Da hat eben einer gesagt, dass Leute aufsammelt, die am Coast sind. Am Strand. Weil wir haben leider keine Helikopter hier, sonst würde ich dich eben holen. Hat jemand denn überhaupt ein Schloss für die Tür oder sowas? Ach, wir brauchen kein Schloss. Wir brauchen kein Schloss. Das müsste, glaube ich, dieser Zaun hier sein. Wir müssen gleich noch ein, zwei Crowbars kaufen gehen. Boah, die bauen hier aber gut aus, ey. Die sinkt ein bisschen. Ah, ich glaube, das hat was abgestürzt. Echt? Das könnte gut sein. Leute, könnt ihr alles mal vom Boden nehmen und in die, ähm, Zelte und in die Sachen packen, weil ich hab die Befürchtung, dass der Server ziemlich schnell abstürzen wird. Also alles, was hier ist, irgendwie einlagern. Das bewegt sich nix mehr. Ich glaube, wir haben den Server gecrashed. Ja, ich glaube, die Server halten keinen Community-Gamer aus in der Z. Doch, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Nur die Leute sieht man nicht. Man sieht einfach nur, wie die Zahlen sich in den, äh, Shreds und sowas alles erhöhen. Ah, jetzt, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Ich hab bei mir noch ein E-Tool in der Tasche. Ich pack das mal hier in die Tasche, äh, in das Haus. Das geht gar nicht. Der Server ist grad mega. So, E-Tool ist drin. Wir haben's auf jeden Fall geschafft, so den Bauern auf, so sauber zu machen. Ich glaub, hier ist nur noch Müll. All die Leute, die ziehen fleißig den Zaun, hier nochmal einen Eingang gemacht. Das sind mal cool, diese Eingänge. Wir können echt in den Zaun nicht zu Ende ziehen, hier. Mokka, komm her raus. Wer schwebt denn da so? Wieso, könnt ihr in den Zaun nicht zu Ende machen? Da fehlt ein bisschen an, Plot-Pole-mäßig. Dann hat er den zu groß gemacht, den Zaun. Weil noch eine Plot-Pole kannst du da nicht hinstellen, direkt nebenher. Oh ja, dann wird das, dann machen wir dann einen geidralischen Ausfahrt nachher oder so. Komm rum, Harry, ich hab dir geschrieben, wo ich bin. Ja klar, ich muss nur eben zum Affid und kasseln mit dem Fahrrad. Ist ja nicht weit weg. Sie kommen wieder! Sie kommen wieder! Da hat einer so einen Donator-Skin. Ich muss das auch erst noch so ein bisschen mit aufnehmen, weil einen neuen PC geholt mit Aufnahmefähig, nicht irgendwo, was? Da spielt einer. Ihr spielt. LOL, hier hat einer eine Tür gebo... Ist das eine Dot? Nee, das ist ein Upgrade. Small Wall. Oh, da kommt ein Hamby. Ich hab da. Ich grad nicht. Ich bin ein MG-Hamby. Ich bin schon so oft getötet, dass ich mich selber. Mit wieviel Mann sind wir eigentlich hier? Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn plus ein Fahrrad, vier, zehn, fünfzehn. Fünfzehn Leute sind, glaub ich, hier, wenn ich mich nicht verzählt hab. was der Helmste, was der Helmste, Was der Helmste, oder? Sehr hübsch hier mit diesem Metall-Holz-Gemisch. Sehr, sehr hübsch. Ja, ziemlich modern. Danke sehr. Oh, alles klar. Stofftier, Stofftier, Stofftierchen. Gefährliche Gegend, ist gut. Ja, ihr Name. Mucca Army. Mucca, ich hab gehört, der, der, haben wir mit dem MG oben draus, ist hier in der Base verboten. Äh, tu einmal schießen oder doppelsteuerung drücken, sagt Kürze. Was soll ich machen? Doppelsteuerung drücken oder, äh, einmal schießen. Ne, ne, ah, jetzt geht's, okay, jetzt geht's. Ah. Alles klar, Boomy Boomy, ich bin unterwegs. Äh. Perry, er allein ist noch. So Mädels, genießt die schöne Pause. Gleich, wenn der Baumeister Skuma Boy da ist, geht es weiter. Besser sind wir ja ziemlich weit gekommen. Sieht ganz gut aus, aber wird gleich noch besser aussehen. Dann kommt Perry mit dem Essen. Oh, ich hab sogar meinen Lieblingshelikopter. Wir werden gleich das Essen holen. Keine Angst. Ja, Döner. Wir brauchen noch was zu essen und zu trinken gleich im Moment. Da ist irgendwas abgestürzt. Jemand ist mit dem Helikopter abgestürzt. Nein, er macht die Base kaputt. Wie ist denn das? Verletzte suchen! Verletzte suchen! Sucht die Verletzten! Kamikaze, wir müssen die da sein. Ja. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, das war ein Failversuch, ein Kamikaze Versuch zu starten. Oh oh, aber Kamikaze ist hier verboten. Ja. Wir warten noch, wir warten noch. Der Skuma lässt sich nämlich Zeit. Ne, Skuma Boy? Oh Gott, mein Charakter hat nicht aufgelaufen. Da kommt irgendwas, ein Heli oder so. Jetzt kann irgendjemand gestorben. Runterstießen. Da kommt nämlich Perry, äh, Niddlebird. Perry kommt. Alle Eimer. Perry! 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 Alle zusammen! Perry! Und weiter. Perry! 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 Peri! Peri! Commander Peri ist eingetroffen. Alle einmal salutieren für Commander Peri. So, damit ich so losgehe. Wenn ich mal raussteigen könnte. So. So, ich will dann mal schnell essen. Mokka, raus! Okay Leute! Pause ist zu Ende! Es wird weiter gebaut! Mokka! Hatte ich mehr Essen und Zicken für mich? Nein! Hilfe! Der D-Sinkt einer weg! Mokka! Ja! Ey, der haut ab mit dem Heli! Bubbele, Bubbele! Nein, das bin ich mit dem Heli! Entschuldige, ich will essen für euch, Jungs! Ey, bleibt hier! Der Peri, der holt uns etwas zu essen und wir können in der Zeit wieder anfangen zu bauen. Auf geht's! Was bauen wir denn? Was bauen wir denn? Hm... So, da hacken wohl schon welche hinter dem Wrack. Ich versuche es abzubauen, aber ich glaube so einfach geht das hier nicht. Und... Ich nehme mir mal hier so einen Fans. Das müsste dieser Zaun sein. Da hinten bauen schon die ersten wieder weiter. Das ist gut, das ist gut. Ja, hier... Hast du noch irgendeine Aktion? Hast du noch irgendeine Aktion? Oder so? Aber... Guck mal bitte auch! Guck mal die zwei Saves! Guck mal die zwei Saves! Guck da mal drinnen! Aber bitte aufhören! Guck mal bitte aufhören! So, was kann ich denn machen? Was immer du möchtest! Cool! Guck mal die Saves raufen! Guck mal die Saves! Ah, wo sind die? Guck mal die Saves! Guck mal die Saves! Guck mal die Saves! Ah da, ich sehe sie! Server Release hat 30 Minuten, aber noch ordentlich Zeit! Ich hab übrigens auch zwei Kombinationsschlösser in meinem Inventar! Ach, der Zaun ist das! Okay! Ich hab eben schon alle Can-Fank and Beans aufgetaucht! Jetzt muss ich leider Swank and Beans kaufen! Alter, was soll der Panik gehen? Da stirbt jemand! Ja! Aber wie? Das ist ganz schön lauf! Wie baue ich mir diese Holzseine zusammen? Weiß das einer? Äh, aus Slumber! Nee! Aus Sticks! Gott! Wie die schreien! Wie schreinst du? Kann man bitte mal ein Fanchen lassen? Hebe die in den Gold in den Schuss! Wie viel Essen soll ich eigentlich holen? Wie sich das anhört? Ich will das auch machen! Wie geht das? Wie geht das? Wie kann ich so Scream? Ich mesche mit Scream! Wie kann ich so Scream? Ich mesche mit Scream! Wie kann ich so Scream? Ich mesche mit Scream! Alle machen Scream, sagst du? Scream! Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Ach du musst einfach Scream eingeben! Wie geht das? Wie geht das? Oh Gott, die abhauen! Warum? Okay, okay, okay Boah Junge, Alter Oh mein Gott, was ist das für ein Stream Auf jeden Fall mal wieder sehr lustig So, ich hab eine Supply Crave Jetzt 6 von Einfach von den Woodpiles, ne? Ja Okay, Woodpiles 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wer hat mich erschossen, Mann Wer hat mich da erschossen Oh nein Leute Nein, das war jetzt uncool Ey, guck mal, die können danzen Da kommt ja mein großer SUV jetzt wieder Dance Mein großer SUV, da nach Mein großer SUV Yo, 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 dance, dance Everybody dance Aha, aha Everybody dance Lass mal hoch stellen Lass mal hoch gehen Nein, der hört nicht auf zu tanzen Von oben können wir runterfallen, ne? Wenn der jetzt irgendwo hin tanzt Stimmt Lieber nicht Yo, der eine macht so alt Wie... Oh, wie kann ich diesen 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 Handstand machen? Pony sagt, Perry Ich brauch gleich ein E-Tool Kannst du mir bitte eins mitkriegen? Pony Danke, danke Wie bitte? Mach mal Handstand eingeben Handstand Handstand Wie... Wie höre ich denn aufzutanzen? Weil ich mach glaube ich so... Ah, ich weiß wie, okay Einmal mit V Komm, komm, komm Fight Fight, fight Bum 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 Das sieht ja schon echt geil aus, die Base hier. War das auch normal. Hey, wie kann man denn so geil tanzen? Wie ihr vom Baseball zum Tanzen gekommen seid. Jo, 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 jo. Wir machen eine Disco. Paripari. Ja, ab hier aus haben wir eigentlich nur noch ein bisschen herumgealbert mit verschiedenen Emotes. Und ja, hatten unseren Spaß. Also hat allen auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt sind zwei Tage um nach dem 24 Stunden Livestream. Wir stehen hier in der Base und wir können ja mal gucken, was noch da war. Also hier war noch ein Zaun. Wir haben hier echt einiges gebaut gehabt. Hier war damals noch ein Zaun. Das wurde entfernt. Ist schon einiges entfernt worden. Hier die Bunker. Der richtig geile umgekippte Turm, den wir gebaut haben. Also man kann jetzt in Overpock auch die Gebäude drehen und alles mögliche. Hier waren noch Sand Barracks, die weg waren. Also Sandbunker. Da noch so ein schiefer Turm. Ist wahrscheinlich der Parry King gefahren. Hö, hö, hö. Achtung, Bordwitz. Hier haben wir mit angefangen. Ich glaube, das war das allererste Gebäude. Die zwei Saves. Hier das Gebäude, was wir ja mehr oder weniger fast schon beendet hatten. Ja, okay. Nicht beendet, aber zur Hälfte durch hatten. Sah im Ganzen alles mega geil aus. Hat mega viel Spaß gemacht. Auch die Leute, die dabei waren. Dann baut man schon mit 20 von einer Base. Also vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Vor allem an die Holzfelder nochmal, die sich wirklich eingestellt haben und für uns Holz gefarmt haben. Leute, ihr seid einfach die geilsten. Beste Community, die es auf Erden gibt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Mucker. Jo Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten Folgen mit dem Captain Skuma. Und unten habt ihr die letzte DayZ-Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal.